Da bei ihm im Haushalt ist, die hätte noch einen Bruder, der wäre aber noch dunkelhäutiger wie Sie. Na ja Gott, denn ihr Vater ist damals noch Ramstein gekommen, weißt du, da in die Palze zu Militär, als Nächster. Und das sind die damals hier, als Kinder auf die Welt kommen. Und ihr Bruder heißt Wolfgang, nichts geht in den Namen, aber dass ein schwarzer Wolfgang ist, das ist gut, wie man es gewähnt ist, aber ja, rufen wir auf die Straße Wolfgang. Wie viel näher sich da rumdrehen? Das ist dasselbe, wie wenn ich Lumumba heiße darf.